Guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge von Autax Simulator 2. In der letzten Folge sind wir nach Frankreich gefahren. Und wir wollen nach München. Gibt es denn sowas? Zürich, Hamburg. Hä, wir sind hier. Nee, zurück nicht, zurück nicht. Wir fahren einfach. Wir fahren nach Zürich in die Schweiz. Ist doch schön. Ist doch sehr früh am Morgen, 9 Uhr. 20. 27, um genauer zu sein. Gut. Ey. Gut. Gut. Muss ich nicht raus. Ne. Da geht's lang. Ach hier. Dieser schwule Altfahrt. Dieser schwule Altfahrt. Man sieht hier drinnen gar nicht. Gut geschafft. Es ist kurz vor Elf hingehen. Gut. Langs... ... und... ... in weiten Bogen. Gut. 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 Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. So. Macht man eigentlich, nicht zu schnell fahren meine ich jetzt? Nein, fährt nicht. Wenn einer vor einem fährt, aber ist egal. Schon wieder keine Musik rein, ne? Ist auch egal. So. Was ist jetzt los? Ich weiß noch nicht, wann die Folge hier kommt. Und wann ich damit überfange mit dem Projekt, weil es ist halt noch nicht so... So lange so ein großes Projekt. Das müsste der fünfte Part sein. Tempomat an. Gut, da haben wir wieder einen überholt. Was transportieren wir denn? Ich vergesse es immer. FZ-Teile. Jut, 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 jut. 15 Grad. Nee, wie in real life ist es gerade nicht. Wann muss ich ins Bett? In neun Stunden. Will das Auto mich jetzt überholen? Ja. Ja. Hallo? Hallo? Bist du gerade auf dem Server? Nein. Nein. Okay. Ja. Ja, bin ich mal gleich wieder weg, ne? Ja, okay. Deswegen, weil ich zog auf dem anderen Server und... Okay. Ja, dann tschau, ne? Tschüss. Viel Spaß noch. Ja, danke. Ja, tschau. Tschö. Das ist ein User von AltsLive. Da werden dann auch vielleicht noch ein paar Videos kommen. Okay, das hat dann auch nicht geklappt. Gut, zu wissen. Dann gehe ich wieder in AfKa-Channel. Nächste Folge. Dann werden wir mal gucken, wer es da war. Und jetzt. Tanken, aber ich schaue noch, ist ja nicht meine, ey. Jetzt fahren wir denn hier alle so langsam. Oh, ein Tunnel, der erste Tunnel. Junge Fahrer. Wie ist es 80? Gut, 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 gut. Vielleicht kriegt da mal einen Auftrag nach München. Woa. Man sollte sich nicht an der Nase kratzen. 100 ist hier. Das ist neu, ne? Ist ja geil. Eine Baustelle. Aber wir sind ja gleich da. Der fährt auch keine 50er-Fahrer, ne? Sorry. So, wieder da. Scheiß-Telefon. Junge Fahrer, du... Weiß ich nicht was. Sehr schön. Danke. Boah, ich war hier Schlaglinie. Für sich darf man hier nur fahren. Komm, gib Gas. Das war eine Laterne, fast. Gut. Ich sehe das Ziel schon. Blink hersetzen. Blink hersetzen. Blink hersetzen. Blink hersetzen. Ich habe eine Frage, jemand dich? Ja. Hast du Belfield 4? Nein. Schade. 5 die tippt bis 2000 doch verwendet haben besser wie viele ja klar Ich bin neulich, ich lebe noch nicht auf dem Mond. Also die F2000? Was für ein Ding? F2000. Nö. Mein Lieblingsstumgewehr, Alter. Achso. Ich finde das viel geiler als die Farmers. Die Farmers hat, finde ich, zu kleines Mac. Ich kenne mich da nicht so aus. Okay. Nicht, dass ich dich jetzt voll quatsche, da wirst du... Oh, was für ein Wack? Wie bitte? Was war das gerade? Auf mich wird geballert, ne? Mit einer richtig fetten MG, ne? Keinen Schuss getroffen. Da hinten ist einer gestorben, da gehe ich jetzt hin und bringe ihn um. Welche Pussy snipet hier? Nichts gegen Sniper. Ja, ich bin manchmal selber Sniper, aber... Nur die campen die da irgendwo auf Dach oder so? Ich hasse das, weißt du? Du läufst hier rum und dann bist du die Batz und weg bist du. Ja. Ja, das ist nicht so wie bei COD, Gott sei Dank. Du bist ja instant weg. Das regt auch voll auf, wenn die dann damit Spawnkilling machen. Also, ich suche jetzt einen Sniper und... ...und... ...und... ...umzubringen. Also, das umbringen, einen Sniper umzubringen, das ist ja nicht schwer, aber die zu finden, das... ...das ist ne Kunst. Hier endlich mal ein Gegner, ey, komm, den will ich jetzt aber. Weh, du schnappst dir den weg. Also, sterb ich durch den. Wo ist hin? Ist es nicht so viel verlangt, einen umzubringen? Na ja. ...dass hier mal einer kommt, den ich dann umbieten kann. Na, der hat ja den jetzt auch schon wieder. Nein.